Das Leben und das traurige Ende von Susanne Lothar Willkommen auf unserem YouTube-Kanal, der sich der faszinierenden Welt des deutschen Films und Theaters widmet. Hier möchten wir Sie auf eine Reise mitnehmen, um die Magie des Schauspiels zu entdecken und die beeindruckende Karriere einer der bedeutendsten deutschen Schauspielerinnen zu ehren, nämlich Susanne Lothar. Tauchen Sie ein in die Geschichten, die hinter den Kulissen des Films und Theaters verborgen sind und lassen Sie sich von der Leidenschaft und den Talenten inspirieren, das die deutsche Schauspielszene prägt. Abonnieren Sie unseren Kanal, um Teil unserer Community zu werden und die einzigartige Welt des Schauspiels zu erkunden. In ihren frühen Lebensjahren wurde Susanne Lothar am 15. November 1960 in Hamburg geboren. Sie stammte aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater Hans Lothar war ein bekannter Schauspieler und ihre Mutter Ingrid André war ebenfalls Schauspielerin. Diese familiäre Prägung beeinflusste sicherlich ihre Entscheidung, ebenfalls eine Schauspielkarriere einzuschlagen. Schon früh zeigte Susanne Lothar Interesse und Talent für die Schauspielerei. Sie nahm Schauspielunterricht und absolvierte nach ihrem Schulabschluss eine professionelle Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Dort erhielt sie eine fundierte Ausbildung, die ihr die notwendigen Fähigkeiten und Techniken vermittelte, um ihre schauspielerische Karriere zu starten. Nach ihrem Abschluss begann Susanne Lothar in den 80er Jahren ihre Karriere auf der Bühne. Sie erhielt erste Engagements an renommierten Theatern wie dem Thalia Theater in Hamburg. Dort hatte sie 1981 ihre erste bedeutende Bühnenrolle. Susanne Lothar hatte eine beeindruckende Karriere als Schauspielerin, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera. Sie war bekannt für ihre Vierseitigkeit, ihr intensives schauspielerisches Können und ihre Fähigkeit, sich tief in ihre Charaktere einzufühlen. Auf der Bühne war Lothar für ihre herausragenden Leistungen in zahlreichen Theaterproduktionen bekannt. Sie arbeitete mit renommierten Regisseuren wie Peter Zadek, Luke Bondy und Klaus Payment zusammen und spielte an namhaften Theatern wie dem Thalia Theater in Hamburg, dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, der Schaubühne in Berlin und dem Burgtheater in Wien. Lothar brillierte in einer Vielzahl von Rollen, angefangen von klassischen Werken wie Shakespeare-Stücken bis hin zu zeitgenössischen Theaterstücken. Ihr intensives Spiel und ihre bemerkenswerte Bühnenpräsenz beeindruckten sowohl Kritiker als auch Zuschauer. Auch auf der Leinwand war Susanne Lothar äußerst erfolgreich. Sie arbeitete mit bekannten Regisseuren wie Michael Haneke, Tom Tegwer, Volker Schlündorf und Michael Verhöven zusammen. Lothar trat in einer Vielzahl von Filmgenres auf und beeindruckte das Publikum mit ihren fesselnden Darstellungen. Besonders bemerkenswert war ihre Zusammenarbeit mit Regisseur Michael Haneke, für den sie mehrfach arbeitete. Ihr Auftritt in Hanekes Film Funny Games im Jahr 1997 brachte ihr große Anerkennung ein und festigte ihren Ruf als herausragende Schauspielerin. Sie arbeitete auch mit Haneke an weiteren Filmen wie Das Weiße Band vom Jahre 2009 und Amour vom Jahre 2012 zusammen. Susanne Lothar wurde für ihre schauspielerischen Leistungen mehrfach ausgezeichnet. Sie erhielt den Deutschen Filmpreis, den Bayerischen Filmpreis und den Europäischen Filmpreis als beste Darstellerin für ihre herausragende Arbeit. Ihr Talent und ihre Hingabe zur Schauspielerei brachten ihr große Anerkennung in der deutschen und internationalen Film- und Theaterwelt ein. Mit dem Schauspieler Ulrich Mühel, mit dem sie 1990-91 bei den Salzburger Festspielen aufgetreten war, war Susanne Lothar von 1997 an verheiratet und dadurch Stiefmutter von Andreas, Konrad und Anna-Maria Mühel. Mit dem Ehemann und den beiden gemeinsamen Kindern lebte sie bis zu seinem Tod in Berlin. Den Tod von Susanne Lothar gab der Anwalt der Familie am 25. Juli 2012 bekannt. Zur Todesursache wurden offiziell keine Angaben gemacht. Michael Haneke gab in einem Interview an, Lothar habe Selbstmord begangen. Sie starb einen Tag vor dem fünften Todestag ihres Mannes, Ulrich Mühel, im Alter von 51 Jahren. Ihre Asche wurde vor der norddeutschen Küste auf See bestattet. Mit ihrem außergewöhnlichen Talent, ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz und ihrer vielseitigen schauspielerischen Bandbreite hat Susanne Lothar die deutsche Film- und Theaterlandschaft maßgeblich geprägt. Ihr früher Tod im Jahr 2012 hinterließ eine große Lücke, doch ihr Vermächtnis lebt weiter. Um Susanne Lothars beeindruckende Karriere und ihr künstlerisches Erbe zu ehren, laden wir Sie herzlich dazu ein, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Durch regelmäßige Videos und Interviews mit renommierten Schauspielern und Regisseuren möchten wir Ihnen Einblicke in die faszinierende Welt des deutschen Films und Theaters geben. Erfahren Sie mehr über die Kunst der Schauspielerei, tauchen Sie ein in die Geschichten hinter den Kulissen und entdecken Sie die Werke von talentierten Künstlern. Indem Sie unseren Kanal abonnieren, tragen Sie dazu bei, die Erinnerung an Susanne Lothar am Leben zu erhalten und gleichzeitig die deutsche Film- und Theaterszene zu unterstützen. Sie verpassen keine unserer spannenden Videos und bleiben stets auf dem Laufenden über aktuelle Entwicklungen und Highlights aus der Welt des Schauspiels. Wie immer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.